Herzlich willkommen bei Lotto 6 aus 45, Lotto Plus und Joker. Da es bei der Ziehung am vergangenen Sonntag erneut keinen Sechser gegeben hat, ist aus dem Lotto-Check-Bot ein Doppel-Check-Bot geworden. Und damit darum geht es jetzt. Ziehungsgeräte und Kugeln sind notarell überprüft und ich wünsche Ihnen viel Glück. Und die Gewinnzahl von heute Mittwoch lautet 29. 29. Es geht bereits weiter mit 34. 34. Die dritte Gewinnzahl ist 37. 37. Heute auch mit dabei ist 2. Wir nähern uns bereits dem Sechser mit 45. Und komplett ist er heute Abend mit 18. Fehlt noch die Zusatzzahl und diese lautet 28. 28. Sollten Sie die ersten sechs getippt haben, haben Sie den Lotto-Doppel-Check-Bot geknackt. Und damit kommen wir zu Lotto Plus. Bei Lotto Plus haben Sie die Möglichkeit mit Ihrem Lotto-Tipp noch einmal zu gewinnen. Und wir starten jetzt die Ziehung. Die erste Gewinnzahl bei Lotto Plus lautet 27. 27. Die zweite ist 32. Die zweite ist 32. 32. Die vierte Gewinnzahl lautet 24. Die vierte Gewinnzahl lautet 24. Die vorletzte ist 35. 35. Und der Lotto Plus Sechser ist komplett mit 26. 26. Auch bei Lotto Plus hat es am Sonntag keinen Sechser gegeben. Somit wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt. Und nun zum Joker. Hier hat es am Sonntag zwei Wettscheine mit der richtigen Joker-Zahl und dem angekreuzten Jahr gegeben. Somit wandern jeweils mehr als 112.000 Euro nach Niederösterreich und nach Kärnten. Ich drücke Ihnen jetzt die Daumen. Die erste Stelle der heutigen Joker-Zahl lautet 4. 4. 4. An der zweiten Stelle haben wir eins. Eins. Die dritte Joker-Stelle lautet Null. 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 Die dritte Joker-Stelle lautet Null. Auch die vierte Joker-Stelle ist Null. Null. An der vorletzten Stelle haben wir sieben. 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 Und die sechste und letzte Stelle ist 4. 4. Wie viel Sie gewonnen haben, können Sie mit der Lotterien-App oder im Teletext auf Seite 721 überprüfen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und auf Wiedersehen bei der nächsten Lotto-Bonus-Ziehung mit ORF-Modeexpertin und Dancing-Stars-Teilnehmerin Martina Reuter am kommenden Freitag in ORF 2. gut gestern at, bis einfach daran wegzuk kännen. Bis zum nächsten Mal. zeit-Teilnehmer,weileg bail. Das ist fired. nachап temps44 bekommen. Wie irgendwann kommt was mods aus dem Genesis Jakart original für einen també ist heute born in der Notитесь adamantischen Was da belle und totalvi. Fertig安chen ist. Vielen Dank.